Das ist Anna aus Bayern. In ihrer Gemeinde ist die Energiewende für Anna erlebbar geworden. Auf immer mehr Dächern sieht man Solarzellen, sogenannte Photovoltaikanlagen. Warum jetzt aber auch noch die Stromnetze ausgebaut werden sollen, ist ihr unklar. Die Energieversorgung funktioniert doch gut. Ihre Nachbarin Lisa erklärt ihr, dass Strom bisher überwiegend von wenigen großen Kraftwerken bereitgestellt wird. Die erzeugten Strommengen werden zunächst über Stromautobahnen, sogenannte Höchstspannungs- oder Übertragungsnetze, zu den Verbrauchszentren geleitet. Über abgehende Stromstraßen, das sogenannte Verteilnetz, gelangen sie dann zum Verbraucher. Im Zuge der Energiewende muss das Stromnetz künftig jedoch noch viel mehr leisten als bisher. In Bayern wird beispielsweise fast die Hälfte des Stroms durch drei große Kernkraftwerke erzeugt. Infolge des beschlossenen Atomausstiegs werden diese in den nächsten Jahren abgeschaltet. Die entstehende Versorgungslücke soll zwar vor allem durch erneuerbare Energien aufgefüllt werden, von denen ist jedoch ein Großteil wetterabhängig. Selbst bei erheblich mehr Anlagen wird immer wieder Strommangel entstehen. Das Problem hierbei ist, dass egal ob beispielsweise 400.000 oder 500.000 Photovoltaikanlagen in Bayern am Netz sind, wenn keine Sonne scheint, wird kein Strom produziert. In Nord- und Ostdeutschland hingegen produzieren konventionelle Kraftwerke und Windkraftanlagen häufig Strom im Überschuss. Dieser muss sofort verbraucht oder gespeichert werden. Eine Speicherung solch großer Strommengen ist allerdings wirtschaftlich noch nicht möglich. Eine Lösung des Problems wäre, den überschüssigen Strom dorthin zu transportieren, wo er benötigt wird. Die heute vorhandenen Stromautobahnen Richtung Bayern gelangen jedoch an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Um Netzstörungen zu vermeiden, ist ein weiterer Ausbau der Übertragungsnetze also unumgänglich. Das leuchtet Anna ein. Aber warum müssen denn jetzt auch die Stromstraßen, also das Verteilnetz, ausgebaut werden? Lisa erklärt weiter, dass Strom heute nicht mehr zentral in wenigen Großkraftwerken erzeugt wird, sondern zunehmend dezentral in vielen kleinen Anlagen. Allerdings kann selbst ein ganzer Solar- oder Windpark nicht so viel und Konstantstrom erzeugen wie ein konventionelles Kraftwerk. Es bedarf deshalb vieler zusätzlicher erneuerbarer Energienanlagen, die sich über das ganze Land verteilen. Üblicherweise können diese den erzeugten Strom allerdings nur in das Verteilnetz einspeisen. Wie das Höchstspannungsnetz kann aber auch das Verteilnetz nur begrenzt Strommengen aufnehmen. Um einen Stau auf den kleinen Stromstraßen zu vermeiden, müssen daher auch die Verteilnetze ausgebaut werden. Dies erfolgt überwiegend durch Erdverkabelung. Anna versteht nun, warum die Stromnetze ausgebaut werden müssen. Nur wenn das Stromnetz ausreichend dimensioniert ist, kann eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung in Zukunft gewährleistet werden.